Hallo und herzlich willkommen zu So Geht. In diesem Video sind wir in der Elektrotechnik. Es geht um Kondensatoren und wir wollen uns mal anschauen, wie man eigentlich die Kapazität berechnen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Kapazität von Kondensatoren. Ich habe hier oben mal so einen Elektrolytkondensator gezeichnet. Hat ja so eine schwarze, dunkelgraue Farbe oder so eine Zylinderform. Und hat jetzt nichts direkt mit der Berechnung zu tun, aber vielleicht mal so ein Funfact am Rande. Das kurze Bandchen hier oder eben da, wo diese Markierung immer ist, diese weiße, da ist der Minuspol. Und natürlich muss dann das längere Beinchen und ohne Markierung der Pluspol sein. Also falls ihr euch mal fragt, wie man so ein Ding eigentlich anschließt, ist es also nicht egal, wie rum. Kommen wir aber zur Kapazität. Wir haben uns im letzten Video schon mal angeschaut, dass die Ladungen und die Spannung proportional sind. Wenn ihr euch das Video nochmal anschauen wollt, ich packe das hier oben gerne nochmal rein. Und immer wenn zwei Sachen proportional sind, kann ich sie durcheinander teilen. Und dann habe ich so einen konstanten Faktor. Und das nennen wir die Kapazität. Kapazität, also man kann jetzt sagen, wenn die Spannung sich verdoppelt, verdoppeln sich auch die Ladungsträger. Die Kapazität hat eine Einheit. Kapazität, wenn man leckige Klammern drum macht, heißt das die Einheit von. Und das ist Farad und das ist das große F. Okay, jetzt ist das irgendwie blöd bei dieser Formel. Jetzt, okay, Spannung könnte man messen, aber die Ladungsträgerzahl irgendwie müsste man zielen oder irgendwie sowas. Das ist also eine Formel, die man nicht gut nutzen kann zum Rechnen, aber der Zusammenhang ist natürlich trotzdem richtig. Also gucken wir mal, von was ist jetzt eigentlich diese Kapazität abhängig. Und als erstes ist sie abhängig von dieser Fläche, die ich hier so ein bisschen eingefärbt habe. Je größer die Fläche ist, desto mehr Ladungsträger können hier natürlich drauf. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und je kleiner, desto weniger. Das zweite, wovon sie abhängig ist, ist dieser Plattenabstand. Also diese Platte hier, die ich eingefärbt habe, hat auf der anderen Seite ja so ein Gegenstück. Und je nachdem, wie groß der Abstand ist, also wenn ich den unendlich groß mache, naja, dann wirkt sie dann sicherlich schlecht auf die Kapazität aus. Wenn ich die möglichst klein mache, ohne dass sie sich berühren, dann natürlich ist ein positiver Einfluss auf die Kapazität. Das dritte, und das ist jetzt ein schweres Wort, das ist das griechische Epsilon, ist die Permittivität. Permittivität. Okay. Die Permittivität sagt was über die Eigenschaften des Dielektrikums. Also hierzwischen ist ja irgendetwas. Im schlimmsten Fall Luft. Damit die beiden Platten sich eben nicht berühren. Das ist das Dielektrikum. Und je nachdem, was ich da wähle, beeinflusse ich natürlich auch die Kapazität. Also jetzt haben wir alles zusammen. Jetzt müssen wir daraus eine Formel machen gleich. Fangen wir aber erstmal an. Das hier muss noch ein bisschen, also die Permittivität wird noch so ein bisschen aufgegliedert. Die besteht nämlich quasi aus zwei Faktoren. Also Epsilon ist einmal ein Epsilon Null. Das ist die elektrische Feldkonstante. Also Konstante, das ist eine feste Zahl. Die müssen die nur aus dem Tabellenbuch oder aus der Formelsammlung oder sowas raussuchen. Die ist immer gleich. Und Epsilon, jetzt habe ich auch schon. Epsilon, 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 Permittivitätszahl. Die sagt dann wirklich was über das Material aus. Und beides zusammen ist halt die Permittivität. Okay, jetzt mal gucken, wie oft ich das Wort noch richtig aussprechen kann. Aber ich glaube, es kommt auch nicht mehr so häufig. Die Formel, die sich dann ergibt, ist, dass die Kapazität, also von diesen drei Faktoren abhängig, klar, diese Permittivität, die multipliziere ich erstmal hier vor. Epsilon Null mal Epsilon R. Also das Material, was ich nutze. Mal, und jetzt ist ja, habe ich gerade schon gesagt, je größer die Fläche, desto besser. Immer wenn da sowas ist, muss es auf dem Bruchstrich stehen. Stellt euch eine ganz große Zahl vor. Eine ganz kleine Zahl insgesamt ganz groß. Wenn die Fläche ganz klein würde, dann wird die Kapazität kleiner werden. Das muss oben stehen. Und L, manchmal auch D übrigens genannt, für Differenz, für Abstand, wundert euch da nicht. Das steht unterm Bruchstrich. Und je größer der Abstand, also wenn ich durch eine ganz, ganz, ganz große Zahl teile, wird das Ergebnis kleiner. Wenn ich durch eine ganz, ganz, ganz kleine Zahl teile, wird das Ergebnis größer. So kann man sich das ein bisschen mal herleiten. Okay, also diese Formel. Und jetzt nicht verwechseln mit, ihr berechnet jetzt ja nicht irgendwie, was mit, was weiß ich, Kompensation oder irgendwie sowas. Dabei hat man ja auch die Kapazität und sieht die Formel natürlich ganz anders aus. Und hier geht es um die Kapazität eines Kondensators. Den wirklich zu berechnen. Ich packe das mit der Kompensation vielleicht hier oben auch nochmal rein. Dann hat man nochmal so ein Gegenstück. Okay, natürlich, wie soll es auch anders sein, bleibt die Einheit verrat. Schauen wir uns mal ein kleines Beispiel dazu an. Epsilon 0 ist 8,85 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden durch Voltmeter. Ist eine physikalische Betrachtung. Wir Elektroniker, wir nehmen gerne 8,85 Picofarad pro Meter. Also das empfehle ich euch. Nutzt das. Dann haben wir nämlich gleich ganz tolle Vorteile mit den Einheiten, wenn wir das ein bisschen clever aufschreiben. Warum 10 hoch minus 12 Pico ist und all den ganzen Krams, habe ich schon mal in einem Video dazu gemacht. Zu den Vorsätzen packe ich hier oben vielleicht auch rein. Guckt euch das erstmal an. Das brauchen wir vielleicht zum Ende dieser Rechnung gleich nochmal. und ich nehme mal Aluminium. Aluminiumoxid. Also, ne? Als die Elektrikum. Dann wäre das jetzt ein Aluminium-Elektrolyt-Kondensator, wenn man das so machen würde. Da ist nämlich der große Vorteil, dass Epsilon R ist ungefähr bei 9. Also, es ist nicht immer exakt eine Zahl. Kommt ja auch drauf an, wie die Verhältnisse und sowas sind, die Mischungsverhältnisse, ob das Material so oder so ist. Ich nehme mal die 9, weil es einfach schön zu rechnen ist. Auch den wählt ihr dann natürlich einfach Tabellenbuch, Formelsammlung. Dann nehme ich meine Formel und jetzt alles einsetzen. Also, wir haben hier vorne unser Epsilon 0. 8,85, ne? Pikofarad pro Meter. Denkt dran, nehmt das gerne. Mal 9. Das ist unser Epsilon R. Und jetzt, das finde ich immer wieder faszinierend und deswegen kann man sich das ehrlich gar nicht vorstellen, wenn man weiß, wie klein so ein kleiner, wie klein so ein Kondensator ist. So, hier steht 100 Mikrofarad drauf und wenn ihr euch den anschaut, ist der echt super klein. Google das mal. Schaut euch mal die Bauform an. Jetzt nehme ich mal in meinem Beispiel. Ich nehme eine Fläche, eine Plattenfläche von einem Quadratmeter. Die ist schon groß. Die wird dann so gerollt, also angepasst, dass sie hier reinpasst. Die ist dann wirklich hier drinnen. Also, um genau zu sein, viel, viel mehr, aber ich will das mal verdeutlichen. Wo ich nehme einen Abstand, der sehr, sehr klein ist, nämlich 0,0005 Meter. Also auch sehr klein. 0,5 Millimeter soll das sein, wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue. Also, ne? Für einen Kondensator natürlich einen riesen Abstand, aber ist schon eine kleine Zahl. Okay. Wenn ich das jetzt ausrechne, dann kriege ich 59.300 Picofarad aus. Gucken wir uns mal an, wie das passiert. Also, ihr gebt die Zahlen einfach ein, ne? 8,85 mal 9 mal, Klammer auf, vielleicht 1 durch 0,0005. So, Klaue zu, weil mit den Brüchen müssen wir so ein bisschen aufpassen. Hängt von eurem Taschenrechner ab. Dann kommt das raus. Meter, kürzlich mit einem Meter hier von weg. Meter, kürzlich mit einem Meter hier von weg. Es bleibt also Picofarad über. Das ist also Picofarad. Schon eine kleine Zahl. Die Elektroniker neigen dazu, diese Zahl noch mal so ein bisschen anzupassen. Wir gehen jetzt um 10 hoch 3 höher. Dann hätten wir 159,3 Nanofarad. Immer noch eine sehr kleine Zahl. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, guckt euch das Video noch mal an zu diesen ganzen Vorsätzen. Und jetzt müsst ihr euch klar sein, bei der Fläche und dem sehr kleinen Abstand habe ich also 159,3 Nanofarad. Dieser Kondensator hat hier Mikrofarad. Nochmal um ein Vielfaches mehr. Das heißt, die verbaute Fläche hier und der verbaute Abstand vor allen Dingen müssen auch ein Vielfaches größer sein als das, um da hinzukommen. Muss ja mal klar sein, was für Flächen und was für Abstände hier tatsächlich bei so einem Elektrolytkondensator genutzt werden. Also, wie gesagt, hier die Rechnung. Ich finde es immer wieder faszinierend. Und weitere Videos zum Thema, die findet ihr jetzt hier. Ich finde es immer wieder auf. Ich finde es immer wieder ein. Ich finde es immer wieder